Jo liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Yu-Gi-O-Pening und heute haben wir Battles of Legend, das neue Set und auch das letzte Set von Yu-Gi-O, was dieses Jahr erscheint, am Start. Geile neue Karten, geile Reprint, komplett, finde ich, unterschätztes Set. Werden wir aber eh gleich sehen. Auf jeden Fall. Was wir da ziehen, ich glaube, er prediktet schon wieder eine Karte. F-Zero rechts, zweites Booster, schauen wir mal, ob es stimmt. Wer hat es bei Kingsquad, oder er hat es bei Kingsquad sehr oft predikten können, vielleicht schafft er es halt wieder. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst seht, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Und da haben wir das schöne Stück, ein sehr farbenfrohes Display, Battles of Legend, Crystal Revenge. Mega geil! Letztes Jahr war es ja Brothers of Legend mit den ganzen Kuribus und heute haben wir da die Crystal Beasts mit dabei. Also auch für alle Tierliebhaber. Und vor zwei Jahren war Armageddon. Battles of Legend, ja genau, die haben wir leider nicht gezogen. Allgemein, also wir haben niemals irgendwie die Starlight Rares oder die Big Pulse in dieser Battles of Legend. Aber heute haben wir vielleicht Exodia drinnen. Schauen wir mal, heute Release vom Deutschen, beziehungsweise allgemein vom Set. Wir haben ein deutsches für euch am Start, was wir sich da anschauen können. Dieses Rainbow Design gefällt mir uhrgut, also wirklich mega stark. Und so, du, oi, na wo ist jetzt die rechte Seite? So. Okay. Oh, schau, das ist ja gerade die rechte Seite. Muss man schauen, muss man schauen, muss man schauen. Das legen wir mal auf die Seite. Also es sind 24 Packs drinnen, das heißt, wir zählen einmal, wer wie viel hat. Weil du hast ja gesagt, du plädiktest die rechte Seite. Zweites Pack, F-Zero. Das heißt, schauen wir mal, wie viel du hast. Zwölf müsst ihr es haben. Ah, das war meins. Elf, was? Meinst du wenig? Vier. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, das war der Eins. Also. So, das ist jetzt die oberste Karte vom linken Pack. Und auch, boah, das ist ja, die Verpackung ist schon geil. Das wieder fünf verschiedene Artworks sind, weil ich lege da meine gleich mal auf. Dass wir das auch mal sehen, ja. Also wir haben da jetzt fünf verschiedene Artworks. Sehr cool. Wirklich, wirklich cool. Also, ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut und das. Schreibt es in die Kommentare, welches Fustart er hat. Da haben auch schon ein paar gesagt, er hat einen Friesen, einen wahnsinnigen Topmodel. Wahnsinn. Aber wirklich sehr, sehr geile Sets und Verhalten. Wir haben wieder Starlight Rares, aber nicht nur eine, ein Haufen. Die ganze Exodia. Ja, es gibt angeblich neun Starlight Rares. Manche sagen, dass es den Access Code gar nicht drin gibt. Bin ich gespannt, was wir da haben, ob wir eine ziehen können. Ja, und es sind noch fünf Karten pro Booster. Ja, genau. Aber dafür alles wieder in Feul. Und dann hätte ich gesagt, wie machen wir das mit dem Ding? Du hast das Battle gewonnen. Okay. Nein, ich fange an, aber wir müssen sich merken. Du hast gesagt, zweites Booster von oben. Das ist, dieses Booster ist es dann. Ja, dieses Booster ist ein F-Zero. Dann schauen wir mal an, was er da wieder das predikten kann. Gehen wir rein ins erste Booster. Kartentrick natürlich bei fünf Karten wird wieder anders sein. Schauen wir mal, wie das ist. Und wir beginnen mit Amazonische Halle. Und auch diesmal werde ich ein bisschen kritisch sein. Ich will mir die Qualität von den Karten anschauen. Weil Magnificent May-Vent, sehr geiles Reprint-Set, aber die Qualität war absolut Schrott. Sag ich, wie es ist, da war jede einzelne Karte aufgewählt. Irgendwie, wenn nicht, als würde sie so sich zusammenziehen von außen. Und jede zweite, dritte Karte war beschädigt. Aber die geht schon mal los, auch von der Qualität her. Wenn links oben hat es einen Top. Ja, sowas ist nicht so schlimm. Aber so im Krumm und Ganzen ist es schon mal nicht schlecht. Also wir haben Amazonische Halle. Da geht es weiter mit heroischer Ruf. Auch sehr cool. So, dann haben wir Amazonisch heiße Quellen. Das ist auch die Karte. Ah, das Artwork, was du dir erzählt hast. Wo eigentlich das unzensierte Artwork, wo die alle gar nicht bekleidet da drin sitzen. Jetzt haben sie ein komplettes Gewand an. Also vielleicht wird das nochmal eine Lost Art Promo bei uns. Schauen wir mal. Dann haben wir Schreckenspatch-Patchwork. Schreckenspatch-Patchwork. Auch sehr gute Karte. Hat einen Reprint benötigt. Wirklich einer der sehr guten Ultra-Hits. Und? Den Chaos-Schöpfer. Und da sehen wir auch gleich mal, dass Secret Rare Foil schaut extrem gut aus in diesem Set. Viele streiten sich ja bei Secret Rare Foil zwischen diesen, ähm, wie ist das, wenn es so in Prismatic, Secret Rare ist in diesen Vierecken. Aber das ist wieder dieses Oldschool, sag ich mal, oder Original Secret Rare Foil mit den Schrägen. Sehr schön. Und auch Chaos-Schöpfer. Toon Chaos. Sehr cooles Set. Sehr cooles Set. Reprints mit dabei. Und das finde ich sehr, sehr geil, weil die Preise von Toon Chaos sind explodiert. Die Leute wollten diese Karten spielen. Haben sie nicht mehr spielen können, weil sie zu teuer sind. Aber jetzt werden endlich wieder diese ganzen Chaos-Karten, die Toon-Karten, alles Budget. Sehr, sehr geiles Set. Das ist cool. Da haben wir, aber jetzt habe ich es noch... Und auch da Schwarzflügel. Genau. Komplett die ganzen guten Schwarzflügel-Karten, alle mit Support bekommen. Absolut cooles. Royal Straight auch Support für Kingscord. In Kingscord erschienen die ganzen Arcan, Joker, Kingsnight, Queensnight. Ich finde den Effekt urgeil. Schaut euch das an. Sehr geil. Bekommen auch wieder Support. Und die haben keine Reprint bekommen, diese ganzen... Morftronische Einflussrückungen. Kingscord-Karten. Das heißt, wer dieses Deck spielen will, holt sich jetzt noch die Kingscord-Karten ran. So, der erste Pool. Die Diglo. Sehr, sehr guter Reprint. Die Karte war auch... ist absolute Meta-Karte, weil es... den Grave aufzuhalten ist wichtiger als das Deck oder die Hand. Und diese Karte war auch schon im Playset 10 Euro aufwärts. Durch den Reprint, ich sage mal, bekommen das vielleicht für 3 bis 5 Euro im Playset, holt sich die Karte ran. Wird immer Meta sein. Sehr stark. Und? Uh, da haben wir eins für die... Entwickeltes Kristallungeheuer am Medist-Katze. Genau, haben auch am Artwork irgendwie mit oben. Oha, ist das ein Zeichen? Es ist ein Zeichen. Wenn da jetzt ein F-Zero drin ist, Hexe. Dann nehmen wir uns die Hexensammler. Aber auch sehr cool für Crystal Beast, Kristallungeheuer, neuer Support, die Karte. Mir gefallen ja die Artworks sowieso. Genau, die entwickelten Versionen und auch Qualität bis jetzt von die Karten sehr schön. Auch urschöne Centering. Didi-Grow kommt auf jeden Fall hin. Didi-Grow ist auch... Also, alleine die Karte da drin, die hat es vorher gegeben, die war vor Diameter, war das eine 1-2 Euro Karte, die ist auf über 10 Euro gespiked. Wie die Konami nochmal reprinten, es gibt sehr lange jetzt kein Reprint-Set. Also, ich würde mir als Spieler die Karte, wenn man es noch nicht hat, jetzt auf jeden Fall dreimal in Bläse dran holen. So, dann haben wir da auch wieder Schwarzflügel mit dabei. Gramm, der Leuchtende Stern. Da haben wir schon als erstes irgendwie Mängel, aber kann jetzt ein Einzelfall sein. Also, ihr seht, da fehlt etwas die Schrift. Aber Gramm, Leuchtender Stern, Dynabasis, dann der Traumhai, dann haben wir sehr gute Karte auch, priesterliches Siegel. War auch schon wirklich wieder am steigen. Sehr gute Karte, überhaupt für Drachen kann man die spielen. Sehr geil, war in, glaube ich, Ghost in the Past, der letzte Reprint, im ersten Ghost in the Past und Chaosraum. Sehr cooler Reprint. Richtig schön und auch da, die ganze Karte. Da schaut geil aus. Also, jeder, der Chaos spielen will, das Deckthema, muss die Karte machen. Wirklich jetzt schon sehr teuer, eine Super-Reyes, Toon Chaos, ähnlicher Reprint. Und das ist, also sehr viele Leute werden sich diese Karten, also bis jetzt schon nur die Karten, ich finde auch so diese Schwarzflügel nicht so schlecht, aber nur diese Karten, diese Reprints, sehr, sehr gut schon. Habe ich recht. Wir haben jetzt, na schön schon, wir haben jetzt zwei Boosts aufgemacht. Ja, sind noch, das wären davor schon wieder Value gewesen, 30, 40 Euro, und wer da was da liegt. So, das Gravitationsgleichgewicht haben wir da. Also richtig guter Reprint. Dann, glatte Zikade. Schwarzflügel, eine Heuschrecke. Schwarzflügel, Garl, der Wirbelwind. Wieder Schwarzflügelkarte. Ich glaube, Gale spricht man in den sogar. Gale, ja. Dann der Traumhai. Schaut cool aus. F-Zero. Aber wenn du es jetzt hast, oh, aber Fusionsschicksal. Das ist auch nice. Auch sehr guter Reprint. Selbes Beispiel wie da auch. Konami auf der Bandlist von zwei auf drei die Karte wieder explodiert. Ich glaube, das Placeit war zwischen 15 und 20 Euro pro Karte. Und jetzt haben wir da einen wunderschönen Secretware Reprint. Das vorhin schaut sich das anders schon geil aus. Und wir kennen alle Konami. Konami kann jederzeit alles reprinten, wie sie wollen. Und es kann sein, vielleicht kommt für dieses ganze Helden-Deckthemen, ich sag mal, vielleicht nochmal Support, neue Bossmonster. Und auch, dann wird Fusionsschicksal wieder eine sehr gute Karte. Chaos Daedalus auch finde ich sehr gute Karte. Wir zwar nicht zu viel gespielt, aber auch für Chaos Deck sehr gut. Stell dir den jetzt in grün vor. Was ist das? Der Schubi war so gut. Nein, der Schubi war so gut. Dann haben wir eines der alten Kristallumgehör Saphir Pegasus. Das finde ich vielleicht ein bisschen schade, weil die eben jetzt in einem Structured Deck vor ein paar Wochen am Print bekommen haben. Aber ja, dann die Drachenkrallen. Und ganz sehr gut die gegritzelten Ungeheuer. Das ist auch ein Deckthema, was jetzt noch mehr bei uns kommen wird, erscheinen wird. Das hast du gesagt, das soll ich dann spielen. Was die Leute feiern, also das schaut wirklich, es schaut halt wirklich so aus. Wie ein Pickel drauf. Es schaut eins zu eins so aus, als wäre da einfach ein Aufgeber drauf. Ja, wirklich. Komplett. Also das ist, weil alles hinten in Feul ist. Aber auch ein gegritzeltes Ungeheuer wäre Dino und Dino war immer stark in der, ich sage mir jetzt nicht Hauptmeter, aber war immer Tierdecks. Bekommt jetzt quasi damit Dino wieder Support. Sehr coole Karte. Wir werden ja gesagt den Englisch auch noch ein paar öffnen. Also wenn ich von dem glaube ich ein paar Korzi, die werde ich mal anbauen. Da muss man dann ein Deck basteln. Weil sonst die anderen Karten sind jetzt nicht zu teuer vor dem Set. Nein. Gehen wir in mein Trites, Trites, verliebtes Buster. Haben wir alle Secrets herum. Ja, du mal alle Secrets herum. Ich habe die Dinge unten und die Secrets herum. Aber die guten Ultraverse, ja. Du kriegst allungeheuer Amethyst-Katze. Also bis jetzt doch jedes Pack immer so Karten, dass man sagt, ja, ein guter Wert oder halt gute spielbare Karten. Fortgeschrittene Finsternis. Und das finde ich auch bei den Sets irgendwie besser als bei den Hauptsets, weil bei den Hauptsets machst du auf, machst du auf, du hast mal fünf Booster-Packs lang nichts. Und einfach du benötigst nichts. Nur Bulk, ja. auch da wieder Spielmarkensammler. Spielmarkensammler. Sobald wir wieder irgendwie eine Meta haben mit Token, holt sich jetzt so günstig wie es geht eine absolute Side-Tech-Staple-Karte, wenn Token wieder mal ins Spiel kommen, dass man das einsammeln kann quasi. Also wie gesagt, Spielmarkensammler, sehr gute Karte. So. Entwickeltes, also das ist schon die Ding. Das ist schon die Secret. Also entwickeltes Kristall, aber da haben wir auch schon wieder beim S-Obs-Markt Schildkröte. Da fehlt es ein bisschen. Da fehlt es wieder. Jetzt haben wir zwei Karten gehabt, weil leider oben die Schrift fehlt, ist aber man noch immer lieber, als wenn die Karten beschädigt sind, Dellen haben, Kratzer haben, also, ja. Aber es schaut cool aus. Fällt mir. Ich bin überhaupt so die Art. Ja, es soll doch in Yu-Gi-Oh! Sollte es auch nicht darum gehen, man will nur das stärkste Meta-Deck haben, sondern wenn man so die Staples hat, wie so Didi-Crow, solche Sachen, die kann man in jedem Deck spielen, die benötigt man einfach und dann kann man sich die Arc-Taps lösen. Und außerdem Didi-Crow ist der Schnelleffekt. Und auch sehr geil, Toons mit dabei, die Toon-Habwehr, also, jeder, der von uns aufgewachsen ist, Starter-Deck Pegasus, das erste Mal die Toons auch mit der Serie und das coole, da jetzt ein Upgrade von Super-Rare auf Ultra-Rare, kann man sich jetzt ähnlich dieses Toon-Deck Low-Budget oder günstiger anbesorgen, aber auch finde ich sehr cool, dann fortgeschrittene Finsternis, Apparat-Kiste, dann wieder ein Token-Kollektor und wir haben ein EN-Mission, quasi für Elemental-Hero-Neos-Support, dieses EN, ist jetzt nicht so gute Karte, aber auch, ja, ich sage, Konami muss halt nur ein bisschen was machen und sagen, so, wir pushen jetzt mehr die Heroes, dann haben wir da die Traum-Zigarde, dann, Dünner-Basis, GG-Golem-Kieselhund, wieder Hund, dann, was ist die Ding? Da ist Dungeon! Ach, sehr cool, Dungeon-Dice-Monster, also eigene Serie, eigenen, was steht denn da? Einmal dafür geben, ja, das ist ein Haufen Effekte. Wahnsinn, sie erhalten 500 Halbier-Attacken und F-Zero-Kom, ah, aber Toon-Lesezeichen! Toon-Lesezeichen spielt man auf 3 Mal, absolute gute Karte für Toon, haben sich auch, war schon eigentlich teuer die Karte, 20 Euro rum, die Leute wollten es aber nicht spielen, weil einfach, ja, zu teuer für ein Fun-Deck, jetzt kann man die endlich wieder Budget bekommen, ich würde sogar sagen, vielleicht jetzt, ich weiß nicht, was wären die, 3, 4, 5 bis 10 Euro kostet eine Karte in Secreture, aber trotzdem, sehr coole Karte, sie machen viele spielbar wieder, also ich würde mir das Toon-Deck auf jeden Fall basteln, das richtig, vor allem Lieblingskarte Black Luster Soldier, was gibt es cooles, wenn du in Toon Black Luster Soldier spielen kannst, sehr coole Karte, so, dann haben wir da, wieder die Ninjitsu Kunst, der Moskitoflug, den Dünner Basis, dann haben wir den Dünner Panzer, dann wieder Tice Dungeon, und wir haben entwickeltes Kristallumgehör Topaz Tiger, jetzt haben wir schon, den müssen wir sogar drauflegen, also alle diese Artwork-Dings, schaffen alle für mich zum Ziehen, ich will es feiern, ich würde gerade sagen, das war cool, ich muss sagen, die Booster-Gänger sind hier auch, die Booster sind sehr schön, wir öffnen halt wirklich viel, und es ist halt oft so, dass man mit den Booster kämpft, und die sich einfach nicht lösen, wenn die so dick sind, der Donnerball haben wir da, dann, was ist denn das, warte mal, Künstlerkumpel, der Künstlerkumpel buntäugiger Seeher haben wir da, dann Kettenkogel, auch sehr gute Karte, auch jetzt da ein Reprint-Geek, war auch schon 5 bis 10 Euro die Karte, je nach Rarity, dann, Blünderpatrouillen Emblem haben wir da, und was ist die letzte? Evil Twins! Sehr cool, und das ist zum Beispiel auch, die hat endlich jetzt nach 2 Jahren den Reprint bekommen, diese Karte zum Beispiel vor 1-2 Monaten, weil die Evil Twin Kissy Kill im Playseat auf 40 Euro, bist du mal, also wer jetzt wirklich Hardcore, pur Evil Twin spielen wollen hat, hat für die mit Versand 150 Euro zahlen müssen, wer zahlt das einfach so für ein Thundag, und wie gesagt, auch in der Meta mit Sprite sehr gut zum Spielen, spielt man es ja auch zweimal, und jetzt bekommt man es endlich wieder für 5 bis 10 Euro, Gott sei Dank! Ja, also dieses Set, es sind so gute Reprints mit dabei, da würde ich schon wirklich sagen, wer kauft sich da noch Hauptsets, und will sich wirklich Booster von Hauptsets kaufen, wenn man sich sowas kaufen kann, mit nur Foil, richtig feilen Reprints, alleine was da jetzt schon liegt, was das davor kostet, mehr kostet, als das ganze Display davon, und jetzt kann man es endlich spielen, also Traumheit, sehr cool, dann wieder den Seer, dann haben wir da Morph-Tronisches, Einfluss, Rückwirken, Wahnsinn, das heißt Morph-Tronisch bekommt auch Support, dann haben wir wieder Plunder Patrol, Emblem, und GG Golem, ehrwürdiger Trilis, der GG, der hat auch zum Beispiel im Magnificent Maven den Token bekommen, und kann auch sein, dass der GG Golem vielleicht auch das ein spielbares Thema wird, ich habe es mir selber auch noch nicht so angeschaut, gibt auch jetzt auch nicht wirklich viele Deckprofile dazu, aber auch sehr cool. So, die Apparat, na Apparat, Apparatekiste, mit gutem Statch, du legst die da her, du legst die da her, mit den Ultras, die da? Ja, achso, ein bisschen so, random. So, Kristallungeheuer, Smaragdschildkröte, also zweimal, oder ist das andere? Das andere, okay, das war die entwickelte. So, dann die Drachenkrallen, dann Senko, der Himmelsblitzstern, und, oh, einer der Shortprints, ja, Kaliberlade Wilddrache, ja, also sehr coole Karte eigentlich, ich meine, es gibt zur Zeit sehr starke Synchromonsters, die man halt spielt, aber auch sehr starke Karte, oh, schau, den Effekt hat, der Schrift da, und die war, glaube ich, auch zuerst auf 40, 50 Euro, jetzt bekommen wir es da wieder mal in günstig, wird vielleicht mal die Synchrometer mehr wieder gespielt werden, lege ich das falsche, oder? Ja, ja, okay, warte mal, warte mal, der Kettenkobold, der wäre cool gewesen, und Didi Grow, ja, genau, die war richtig, das passt schon, wo hast du denn ein Kettenkobold? Moment, die schuchten, was es denn unten gibt, diese, die ist noch cool, also die finde ich sehr cool, wenn man die ziehen will, Didi Grow ist sehr cool, na, wo hast du denn ein Kettenkobold? da ist er Kobold, der heißt Kettenkobold, also, schau mal da, Kettenkobold, na, wo ist er denn? Ist der Lust aufgelöst? da ist er, da ist er, der haben wir, okay, sehr cool, da war Didi Grow ist runter, und vor allem, ich will auch zum Beispiel, dieses Kings Deck spielen, weil da kannst du halt auch den Slifer spielen, und auch die neue Karte mit den Slifer zum Rufen, und ja, und jetzt haben wieder die Jokers da ein bisschen sofort bekommen, dann haben wir die Chaos Valkyrie, war auch in Toon Chaos mit dabei, eigentlich auch, finde ich ein cooler Reprint, dann haben wir wieder die Schiebgröte, die haben halt ja im Starterdecker da gehabt, Gravitationsgleichgewicht, Senko, der Himmelsblitzer, und den Lieferant von Kawaki Mairi, aber der ist halt auch sehr gut, der hat auch, das war der Eternity Code oder so, der hat glaube ich auch zweieinhalb Jahre keinen Reprint bekommen, in keinem Set, die Karte, eine der wenigen, sehr gestiegen, und da endlich ein sehr gutes Monster, Reprint, das ist auch so cooles Outwork, wenn man die so lange nicht sieht, und in dem Secret, ja, das schaut schon gut aus, das schaut wirklich gut aus, aber sehr schön, wir haben einen Kaliber Ladedrache, noch eine Didi Crew, ganzes Playset, sehr gut, hast du auch eine zu? Ja, nice, so, dann haben wir da ein Chaos, Dädalus, habe ich gar nicht, nein, da fehlt es haben wir, Kampf, was, so dass wir so Godzilla, gegen so ein Mädchenlieb, wirklich Kampf der schlafenden Geister, und wir haben das Pool, Schwarzbart, der Blühnderpatrollen Captain, auch seine Karte, sehr lange kann Reborn Krieg, und Konami, schmeißt das da rein, bis jetzt, wirklich, gute Karten, gute Ausbau, das Set, macht mega Spaß, zum Öffnen, alleine teilt die, die gut so einmal, vielleicht sind wir noch eine dritte, so, dann haben wir, Gravitationsgleichgewicht, wir haben den Chaos, Dädalus, für den wir jetzt haben wir schon, Playset, dann haben wir da auch, das Dallungeheuer, die Rubino Funkel, aber auch die Standard nur leider, dann den Kampf der schlaften Geister, und den Bund, allgegen Rollendrache, schaut doch aus wie ein Balker, so wie der priesterliche Siegel der himmlischen Sphären, haben wir dann noch einmal, sehr guter Print, dann Dice Dungeon, dann Regenbogenbrücke, geil, nice, das ist was für mich, nicht viel Text, das ist die Effekt, nice, dann machen wir auch einen alten Tiger wieder, und, Nummer, auch sehr coole Karte, auch sehr stark für OTKs zum drücken, mit 9000 Damage, also, ja, kann ich mich noch erinnern, da haben wir damals dieses, wie wir online das TCG gespielt haben, das Yu-Gi-Oh, wo du auch viel gespielt hast, wie ich dir mal die Fotos geschickt habe, mit 18.000 Schaden, 27.000 Schaden, und so weiter, also, du kannst halt komplett die Karte pushen, ist halt für OTKs gut, also für Blue-Eyes-Decks, spielen wir den auf jeden Fall, jetzt auch, ich finde zum Beispiel, ich werde noch mal wieder ein Blue-Eyes-Deck machen, mit diesem ganzen Magnamute und so, die ganzen Handtraps, wo du dir Dragon surgen kannst, so cool, auch sehr coole Karte, Schwarzflügel, Simon, oder Simon, der Dunwinde, war auch schon 4-5 vor Ort, die Karte am steigen gewesen, hat man dreimal spielen müssen, im Schwarzflügel-Deck, eigentlich auch sehr gut, der Rippling, wirklich jetzt, dann die glatte Zikade, Thun-Harpier wieder mit dabei, Royal Stray, oder ein Exes-Code, aber wir haben die andere, wir haben Evil-Zwilling, die Lilla, sehr cool, na bitte, haben wir beide Karten, wir werden jetzt sogar noch vielleicht eine Kise-Kill ziehen, müssen wir zusammenlegen, ja, wie haben wir das jetzt zusammengelegt, ich will den sogar, weil das ist eigentlich ein Big-Kill, will ich den sogar, mit Mieten, ja genau, also das auf jeden Fall, Kaliber-Lade, Wild-Drache, ist auf jeden Fall ein Short-Print, das Coole ist auch zum Beispiel, diese neue Secret-Ware, auch sehr coole Karte, war auch schon, auf 10 Euro war es damals noch, Game in Secret-Ware, auf Legendary-Duelist Season 2, schau, du wieder beim S, vor allem bei Schwarzflügel, na 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 na, so, das ist halt auch, das Gritzelheft, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, das ist halt so gut, dieses Deck-Thema mit diesen Kinderzeichnungen, das ist so gut, das ist lustig, amazonische heiße Quelle, das haben wir gleich am Anfang gesagt, dann Kristallungeheuer, Kobalt-Adler haben wir da noch, und schwarz Bart, der blühender Patroll-Captain, das ist auch irgendwie so, komisch geprintet, oh den haben wir da oben, fett, 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 so, dann haben wir wieder die Dimensionierungswürfel, also auch wieder für Dungeon-Tires, dieses Anime-Deck-Thema, ob da noch mehr Support kommt, bin ich gespannt, Konami, dann haben wir den G-Golem Stura, ja Stura-Man hier, das Stura-Stein, dann haben wir wieder Kristallungeheuer, Amnesit-Katze, dann den Senko wieder, und wir haben entwickeltes Kristallungeheuer, Kobalt-Adler, ja bei mir jetzt dasselbe Peck am Schluss, uns fehlt jetzt nur noch, ja die fehlt uns noch genau, diese Rubin, die kommt jetzt, aber die Karte ist zum Beispiel auch, da sieht man es auch, die Karte ist auch ganz wenig, ich meine, das sieht man schwer, da steht verbotene auf der letzten Karte, ja, das sieht man nicht, aber die ist auch so leicht gebogen, die ist noch irgendwie so in der Produktion, vielleicht, keine Ahnung, Konami da was umgestellt hat, so Rubin, mit der Karte, die bräuchten wir, ja genau, die bräuchten wir in Entwicklung noch, dann haben wir alle entwickelten, Ausrüstung, Kasten, ja, dann wieder die Schildkröte, leider nicht entwickelt, und, Selin, auch einer der Shortprints, sehr cool, die ist wirklich stark, die Königin der Meistermager, auch sind sehr sehr teuer, auch 30 Euro Karte, sowas herum, also, hat auch schon ein Reprint benötigt, sehr cool, die Selin, ist auch ein Shortprint, hätte man stattdessen auch in Dings, vielleicht ziehen können, in Access Code, aber ja, Selin und Kaliber Lade, sagt man nicht nein, also bis jetzt, die Ausbeute, also bis jetzt, war besser bis jetzt, sehr sehr gut, immer rechts nehmen wir Jungs, immer rechts, dann Stonehenge, auch arg, dass man da was, was in Real Life Stonehenge, mit im Spiel hat, was kannten die, okay, der reicht, kann es halt einfach ein Monster, ist ja eigentlich, was, es ist halt einfach wie eine Wiedergeburt, es ist halt ein Feld sauber, und kann nur ein Monster mit 0 ATK nehmen, auch wieder Chaos-Volkür, für das sehr coole Reprint, eigentlich, dann die Fluch-Reflexionspuppe, wobei, die war halt eh zuerst super ready, war jetzt nicht so teuer, dort sind dann noch mit dabei, dann haben wir den, den Saphir-Pegasus, und, der Elefant, der Leipzig, ne, es gibt dann doch noch einen, dann gibt es mehr, aber da haben wir jetzt, entwickeltes Gestall-Ungeheuer, den Bern, das Bernstein-Mammut, das sieht auch gut cool aus, und da ist der Fall-Effekt komisch, nur auf den Schienen, was er hat, und dort fängt sein Halbpunkt, da haben wir dann noch, ein Kristall-Ungeheuer, was tolle, einer füllt man, so, Kampf der schlafenden Geister, haben wir schon gehabt, dann die Chaos-Volkür, again, die Schildkröte, jetzt haben wir doppelt, Gleichgewicht, und, haben wir schon, entwickeltes Kristall-Ungeheuer, auch mit Distkatze, zur Last-Pack-Magic, bei mir, was ist das? Adubide, Adubide, vielleicht noch mal, eine zweite Event, kann man sich so, deckbasteln, die ganzen Ungeheuer, sicher, es gibt sogar, ein fixfertiges Structure-Deck, ohne die entwickelten, wo die nur die normalen sind, und Support-Karten schauen, und dann hast du einfach, einfach die noch dazu, das sind die Karten, alle in Common, oder die in Common ist mit dabei, haben wir auch jetzt zwei, Kristallschädel, und was ist meine letzte Secret? Da haben wir es, wir haben die letzte, sehr cool, wir haben wirklich alle, entwickeln, Kristall-Ungeheuer, mit jetzt gezogen, die Rubina-Funkel, sehr cool, Game-Titel, alle Kristall-Ungeheuer, aber auch, sehr cool, gefällt mir die Karte, na bitte, war nicht egal, ich legst du sie her, Last-Pack-Magic, siehst du noch, so ein Access-Code hinterher, oder, F-Zero vielleicht doch noch, so, da haben wir die, da haben wir mal, Topastiger, auch cool wieder, Schreckens-Patch-Patch-Pack, Ketten-Kobald, hinterher, die spielen wir zusammen, sehr cool, sehr gut, mit einer falschen, Einflusswirkung, Last-Pack, schon wieder, nochmal ein Graus, ich habe mal, gesalte, ich meine, ich kann jetzt nicht mal, wir haben wirklich gute Hits, mit dabei gehabt, sehr, sehr gute Hits, ich hätte noch, gerne, die Toons zogen, aber ich meine, wir haben schon, mit Toons, es ist begonnen, ich habe gesagt, wir werden halt englisch, auch noch was öffnen, und es kommt jetzt auch kein Set raus, die nächsten zwei Monate fast, das heißt, viel Auswahl hat mir nichts am öffnen, also vielleicht wäre man da sich sogar so, die ganzen Chaos-Decks, oder diese ganzen, Engines davon machen können, tun würde ich wirklich gerne, spielen wir auf die Locals bei uns, aber so auch, cool Ausbeute, leuchtende Set, glitzende Farben, alles leicht, coole Reprints, coole neue Karten mit dabei, mega stark, ich finde das Set ist cool, mir gefallen die Mietze Katzen, die Mietze Katzen, und wenn in Zukunft unsere Videos nicht verpassen, wollt ihr es sehen, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein!